Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem wunderbaren kleinen Kanal. Heute sind wir immer noch in der Sally-Woche und natürlich darf etwas in der Sally-Woche nicht fehlen. Und zwar natürlich noch die ganzen Leute, die hier rumlaufen, rumgehen, die belästige ich den ganzen Tag. Aber eine wichtige Person dürfen wir natürlich auslassen. Sally ist glücklich verheiratet und warte, warte, warte. Sally ist glücklich verheiratet mit dem Mann, mit der Legende, mit dem Checker vom Neckar, mit dem Herzblatt von 2002, mit dem Menschen, der mehr Liebe nicht in sich tragen könnte, mit dem Mann, der aus dem Sally-Messer-Set ein eigenes Messer hat, mit dem Mann, der so groß in den Herzen der Zuschauer von Sallys Welt ist, der heute endlich auf meinen Kanal kam, mit dem Mann. Herr Mürat. Hallo. Danke. Übrigens, ich wollte nur sagen, ich war Schülersprecher in der Schlossberg-Schule in Dortternhausen. Vielleicht kennt mich noch jemand für einen oder andere von euch. Glaubst du, dass die Community dich anspreche? Ja, das ist eingekennzeichnet. Was geht ihr, Schülersprecher? Seid ihr gut drauf? Ja. Ich gebe dir recht, du hast gerade richtig angekündigt, wir sind glücklich verheiratet. Ja. Meine Scheidung wäre inzwischen zu feuer. Deswegen bleiben wir zusammen, wie gesagt. Ehevertrag. Ehevertrag, genau. Wobei die Immobilien mir gehören und das Vanille-Extrakt gehört meiner Frau. Murat, wir machen heute dein Lieblingsessen. Wir haben uns davor ein wenig darüber verständigt. Es ist was ganz Neues, was ich tatsächlich noch gar nicht gemacht habe, was mich ganz happy macht. Und zwar machen wir heute Rumsteak mit Pizzaiola-Soße und dann so Tagiatelle dazu. Genau, einfach ein Rumsteak mit der Pizzasauce drauf, ein bisschen Sardelle mit rein, um noch ein bisschen Würze reinzukriegen. Es ist bei mir immer so, wenn ich zum Italiener gehe, esse ich immer das Gleiche. Egal, zu welchem Italiener ich gehe, ich frage immer nach Rumsteak Pizzaiola oder nach Lachs Tagiatelle. Und wenn ich zum Türken gehe, esse ich auch immer das Gleiche. Und wenn ich zum Chinesen gehe, esse ich auch immer das Gleiche. Kennst du das nicht? Nein. Weil ich vergleiche das immer, weißt du? Ja, ich muss aber... Ja, das verstehe ich. Ich mache das aber immer nur mit der Nachspeise. Ich mache immer nur Terramisu. Echt? Ich vergleiche die Italiener-Qualität bei mir immer die Qualität des Terramisu. Mit was möchtest du anfangen? Also ich muss ganz ehrlich sagen, Stum, ich habe es noch nie gemacht. Ja, ich meine Frau hat es noch nie gemacht. Das heißt, ich bin auch kein veganer Koch. Aber es gibt ja tatsächlich ein Rezept von euch schon. Ja, Sally hat ein Rezept schon gemacht. Übrigens meine Frau. Ich finde es... Guck mal, du bist ja echt cool. Du bist ein wahrer Mann, weißt du das? Weil du hast deine eigene Schürze... Können wir das nur nochmal on repeat immer als Intro machen? Das ist einer, der seine eigene Schürze hat. Verstehe ich? Jetzt komme ich her mit der Schürze seiner Frau. Na, war das doch süß. Ein toller Filmtitel, die Schürze seiner Frau. Ich weiß aber nicht, ob wir den dann zeigen dürfen. Bist du bereit? Machen wir zuerst das Rumsteak. Ja. Oh, jetzt. Du bist ja wirklich... Du bist ja wirklich... Hast du schon mal... Du hast Moratz 5 Minuten normalerweise bei Sally auf dem Kanal, ne? Ich mache normalerweise Moratz 5 Minuten, um... Das ist dann Kochen und Backen auf geringem Bildungsniveau. Das mache ich normalerweise mit Gyni zusammen. Aber das ist dann eine halbe Schöne Beleidigung. Also er beleidigt mich dann. Also mein ganzer Kanal nur nochmal in 5 Minuten, dann beherrückt dich sozusagen. Der beleidigt mich dann und sagt, ich bin zu klein, ich bin zu dick, ich bin das und das. Das mache ich nicht, Moratz. Heute gibt es nur Herzlichkeit und Liebe hier. Okay. Hier haben wir einen Rumsteak. Yes, zwei. Zwei Stück, genau. Das brauchen wir natürlich, das ist die Grundzutat. Dann haben wir hier Nudeln. Yes. Dann haben wir Olivenöl natürlich. Kapern. Nicht jeder mag kapern. Nee, aber... Kennst du das Lied? Alle wollen kapern fahren müssen, wenn er mit Bärten sein. Kennst du das noch? Nee, egal. Mundaugen. Aus der Mundaugen. Sardellen. Die brauchen wir wirklich nicht viel, weil die sind saumäßig salzig. Dann haben wir natürlich hier Tomaten aus der Dose. Mutti, ne? Von Mutti. Darf man auch mal sagen. Genau, das muss man sagen. Das ist lecker. Mutplatz, Junge. Nichts davon. Das sind einfach coole Tomaten. Das stimmt. Und zwar, oftmals stehen hier Tomaten aus den Dosen im Verruf, aus China zu kommen. Die sind direkt von Mutti. Der war geil. Oh Gott. Endlich sind wir mal Dad-Joke-mäßig auf einem Level, weil du auch der Dad bist dieses Mal. Also, meine Güte, jetzt geht's gleich richtig groß. Oh mein Gott, der war so schlecht. Auf jeden Fall, ihr könnt auch andere, ihr könnt auch die Dosen von Fatih holen. Das ist mir egal. Von Murat. Boah, ist der schlecht. Ich muss mal kurz aus dem Bild rauslaufen und dann haben wir wieder rein. Habt ihr so eine schlechte Witz-Accounter? Nee, 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 nee. Das ist das ganze Kanal-Konzept. Ich sage dir, es passt immer besser rein. Ich glaube, wir sollten mal einen Kanal aufmachen, Murat. Hier haben wir das Fleisch. Yes. Was machen wir jetzt? Wir brauchen eine Eisenpfanne. Eine Eisenpfanne. Damit fangen wir, glaube ich, im besten Fall an. Eisenpfanne. Warte kurz. Nein, war falsch. Das Problem ist, ich kenne mich in meiner eigenen Küche nicht aus. Warum? Nicht, weil ich zu faul zum Kochen bin, sondern wenn meine Frau dauernd. Das ist keine Eisenpfanne. Das ist alles sehr krass beschichtet. Kümmer, da ist so eine Bienenwabe drin. Das ist ja Wahnsinn. Das ist eine Eisenpfanne? Ja, aber das ist eine kleine Eisenpfanne. Aber wir sind auch kleine Menschen. Obwohl, nehmen wir schon eine große, oder? Dann können wir es da reinmachen. Warte, ich komme gleich wieder. Kein Problem, wir teleportieren schnell, Murat. Ich gehe mal kurz in den Südtrakt. Kurz, einen Moment. Da ist er wieder. So, also, ich habe hier in den Eisen... Viertelstunde später, ne? Ja, viertelstunde später, weil ich habe den Buß verpasst. Mensch, Dürmi, ich habe den Buß verpasst. Der wollte mich eigentlich von der Küche in die andere Küche bringen. Meinst du, da passen die zwei? Ja, das kriegen wir rein. Das kriegen wir rein. Und zwar, weil die Fleischstücke, die habe ich von Bauern. Aber da ist so viel Antibiotika und Wasser drin. Das zieht sich zusammen, das passt dann nachher in die Pfanne rein. Wir brauchen nur ein bisschen Butter. Butterschmalz? Genau, weil diese Pfanne ist eingebrannt. Das heißt, wenn ihr mal Fleisch macht, immer in einer Eisenpfanne, weil die saumäßig heiß wird. Es ist wirklich genial. Eisenpfanne, die habt ihr euch euer Leben lang. Da könnt ihr auch Bratkartoffeln drin machen. Stimme, bleibt da, bleibt da bitte. Ich schwöre, ich weiß echt nicht mehr weiter. Nein, nein, das ist gut. Ich hole nur ein Messer. Ich fand das gerade gut. Ich gucke mir vor wie so ein Marktschreier. Verstehe, kennst du den Kai-Alk? Ich finde das geil. Warum denkst du mich hier? Bleib da, bis auf. Jetzt ohne Spaß. Ich komme irgendwann wieder zurück. Miguel und ich, wir waren joggen. Ich kann seitdem nicht mehr richtig laufen. Das Fleisch, das tun wir jetzt genau. Erstmal ein bisschen rein. Genau. Eine Pfanne niemals ohne irgendetwas erhitzen. Ja, das reicht vollkommen aus. Genau, da warten wir kurz drüber hin drauf. Mega geil, nach wie vor. Erstmal eine Pfanne immer ganz kurz erhitzen, also nicht so schnell. Nachher gehen wir voll auf Boost. Und wenn wir auf Boost sind, dann geht es richtig ab? Dann geht es richtig ab. Okay, gut. Was können wir in der Zwischenzeit machen? Wir schneiden Zwiebeln und Knoblauch. Okay, Zwiebeln und Knoblauch. Dann haben wir das nachher schon mal ready für die Soße. Dann machen wir erst die Zwiebeln. Kannst du? Kannst du? Ich mache das ganz komisch. Ich schaue meiner Frau immer zu beim Schneiden. Ja, mach du mal. Ich bin immer gespannt. Also ich habe immer gelernt bei Zwiebeln, das macht wirklich jeder anders. Erst Köpfen, glaube ich. So, zack. Und dann schälen. Dann schälen, ja. Bis dato machen wir noch alles gleich. Und tun wir sie in Würfel oder in Scheiben machen? Ich würde sie in kleine Würfelchen machen, oder? Dann kocht das so ein bisschen in die Soße ein. Ein paar lösen sich auf. Meine Frau hat immer so Geräte. Die tue das irgendwo reinstopfen, dann haut sie drauf und dann ist alles würfelig. Ja, also ich hatte heute auch so mal ein Gerät aus Näherem kennengelernt. Das war fantastisch. Stimmi, weißt du was wir machen? Pass auf, pass auf. Das ist richtig cool. Pass auf, ich glaube, ich weiß sogar, wo das Gerät ist. Warte mal ganz kurz. Echt? Du hast noch ein Gerät? Ah! Guck mal, jetzt pass auf. Stimmi, pass auf, ist so cool. Jetzt machen wir eins. Pass auf. Zack. Und dann machst du es so. Oh, da ist noch Ding dran. Ein bisschen Schale, aber das ist gut. Das sind Antioxidantien. Ja, das ist mir gerne genau. Also guck mal, dann machen wir, Stimmi, zack. Ja. Sag mir, wir haben eh nicht viel Ding. Aber jetzt pass mal auf, was ich mache. Kennst du das jetzt? Das kenne ich, ja. Ehrlich? Habe ich aber noch nie live gesehen. Ehrlich? Pass auf. Sollen wir da das Knoblauch mit reintun? Nee, mach. Sollen wir Knoblauch mit reintun? Ja, genau. Wie viel? Ich würde zwei machen, oder? Möchtest du mehr? Stimmt, danke. Das ist einfach immer so ein bisschen. Das ist mega schwer. Aber du bist ja wie so ein deutscher Kuka-Roboter. Was für ein Roboter? Kuka. Kennst du das nicht? Nee. Das sind so illustriere Roboter. Egal. Müsste nicht wissen. Aus der Erde. Wirklich aus der Erde, wenn du noch die Knoblauchblüte siehst. Und in Asien ist eigentlich die Knoblauchblüte die Delikatesse. Wisst ihr, was wir in Deutschland wegschmeißen, feiern die in Asien richtig ab. Aber die machen ja generell einfach bessere Resteverwertung, ne? Ja. Wie viel machen wir? Wir haben ja gesagt zwei Stück. Die sind aber auch mehr, die Chinesen. Und deswegen mehr Resteverwertung? Ja, 1,7 Milliarden. Das ist ein Drittel, ne? Ja. Das ist so ein Drittel. Die können nichts wegschmeißen. Wenn sie was wegschmeißen, dann bleibt ja nichts mehr übrig. Okay, pass auf. Aber wir haben ja auch schon genug reingemacht. Hast du zwei? Achso, ja gut. Jetzt pass auf. Jetzt tust du das mal, jetzt tust du das da drauf. Und dann einfach mal wild dran ziehen? Genau, zieh mal dran. Okay. Wie so bei so einem Rasenmäher. Mach mal das. Geil, pass auf jetzt. Und jetzt aufmachen ans Auge. Wer als erster Wein verliert. Boah, fertig. Genial, oder? Mega. Boah, wir haben nicht mal Zeit gehabt zum Weinen. So schnell ging das. Aber lass uns mal nah dran gehen. Nein, 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 nein. Spinnst du. Was geht jetzt, Stummi? Was machen wir jetzt? Ich würde sagen, wir kümmern uns ums Fleisch, oder? Weil das ist jetzt hier ganz gut geschmolzen. Dann können wir das jetzt mal hochdrehen. Das geht doch bestimmt schnell nach oben, oder? Soll ich mal hoch? Ja. Guck mal, du merkst doch richtig, jetzt tut es schon ein bisschen rauchen. Das ist bei der Butterschmalz okay. Voll okay. Bei Olivenöl schwierig. Dann kräht der irgendeine Stoffe ganz schnell. Sollen wir dann schon, wenn es qualmt, dann ist das schon auf Temperatur ganz gut, oder? Genau, du musst auf Temperatur. Jetzt kannst du es reintun, Freddy. Yes, yes, yes. Haben wir eine Zange? Und wenn es ein Crack ist oder nicht, viele Köche sagen, damit sich die Poren des Fleisches verschließen. Das gibt es beim Fleisch nicht. Ein Fleisch hat keine Poren. Und wenn einer sagt, die Poren müssen sich verschließen und schwach sind, wir tun hier einfach nur das Eiweiß, was auf der Oberfläche ist, kristallisieren. Einmal fertig. Sieht doch ganz okay aus, oder? Würdest du sagen, von der Oberfläche, wie du es sonst kennst? Hammer. Wobei man eigentlich sagen muss, dass die Italiener ja nicht gerade bekannt sind für krasse Fleischgerichte. Nicht? Nee. Absolut nicht. Die Italiener... Ist halt immer alles gehackt, ne? Nein. Die Italiener sind mehr wirklich sehr viel Gemüse, sehr vegetarische Sachen. Nudeln natürlich. Weißt du, warum die Italiener auch nicht grillen? Weil die Spaghetti durch den Rillen fallen. Oh, schlechter Witzen. Hast du das vorbereitet? Ich schwöre, ich habe das endlich vorbereitet. Ja, was passiert in deinem Kopf den ganzen Tag, ist die Frage. Aber ist doch okay. Dauert das noch ein bisschen und dann geht es gleich los mit der Oberfläche. Ja, da machen wir auch richtig... Weil du ja die geilen Öfen. Ja, da machen wir einen geilen Trick. Das ist eine richtig krasse Produktplatzierung. Also, das ist auch mal cool, wenn man in einem Video eine Produktplatzierung ankündigt. Finde ich gut. Ja, mit dem kriegen du es ja nicht bezahlt? Kriegst du es bezahlt, sind wir ehrlich? Nein. Nein. Ich kriege es auch nicht bezahlt, weil es meine Frau schmeckt, weil meine Frau kriegt die Kohle und ich nicht. Aber du, auf jeden Fall, gucken wir uns das mal kurz an. Aber können wir zwischenzeitlich was machen? Wir können das vielleicht schon auf ein... Wir stellen das ja auf ein Backblech, wahrscheinlich, ne? Ja, ich habe hier ein Ofenblech, dafür muss ich es draufstellen. Geht das auch da rein? Ja, ja. Echt, da drauf? Ja. So rund? Ja. Das ist ja crazy. Geht ihr das als kleines Kind, wenn du hast versucht, das runde ins Eckige reinzustecken? Genau so ist es gerade mit dem Stummi. Der Stummi ist zwar auch eckig und es ist runde, aber wir kriegen es trotzdem rein. Jetzt pass auf, jetzt machen wir die Produktplatzierung Deluxe. Und zwar pass auf, jetzt machen wir das Ding mal an, okay? Ist jetzt schon geiler als bei uns, 400%. Eco Clean muss durchgeführt werden, das macht meine Frau. Dann gehen wir hier auf Menü, dann machen wir die Assist-Funktion. Und die Assist-Funktion ist für Typen, die einfach... Wie wir, die so ein bisschen Assistenz noch brauchen. Genau, wir brauchen ein bisschen Assistenz, genau. Dann fragt der Backofen uns, Murat, Freddy, was möchtet ihr machen? Kuchen, Brot, Pizza, Aufläufe, Tiefkühlprodukte, Geflügel, Fleisch, Fisch. Heute machen wir Fleisch, genau. Dann fragt er uns, Jungs, was macht ihr? Schweinefleisch, Rindfleisch, Kalbfleisch, Lammfleisch, Wildfleisch, Fleisch, Gerichte? Schweinefleisch nicht, also Haram heißt es dann. Wir machen heute Rindfleisch. Und jetzt kommt, fragt er uns, der Backofen. Wollt ihr ein Schmorbraten, Filet Medium, Roast Beef Englisch, Roast Beef Medium, Tafelspitz? Und wir machen ja ein Roast Beef. Und Roast Beef ist nichts anderes als ein Rumpfsteak. Und zwar ein Roast Beef ist vom Rücken einer Kuh und ist ein Roast Beef. Und ein Stück vom Roast Beef ist ein Rumpfsteak. Krasse Sache, habe ich gerade noch gegoogelt vor 10 Minuten. Finde ich gut, aber du kommst mit Wissen hier rein. Wahnsinn, ich drehe voll durch. Gleich zu sagen, dass die Murat will es wissen. Und zwar gehen wir auf Roast Beef Medium und dann fragt er uns nach der Grammzahl. Das ist uns aber egal, weil wir vorhin das machen, Freddy, wir machen jetzt den Backofen auf. Und dann haben wir einen Thermometer. Freddy, pass auf, ganz coole Geschichte. Das schicke ich jetzt hier ein. Yes. So. Das ist nicht schlimm, dass wir länger brauchen. Jetzt kühlt das Fleisch ein bisschen ab. So, und dann haben wir hier einen Thermometer und das hat drei Punkte. Yes. Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3. Das war ein Flachwitz. So, auch wenn er drei Punkte, wenn er an drei Stellen messen tut, warum, fragt meine Frau. Oh, keine Ahnung. Ich kann es dir erklären. Ja. Weil wir haben gerade darüber geredet. Ah, okay. Weil die meisten haben nämlich nur so eine Messstelle. Okay. Und wenn du dann bei manchen Fleischsorten, so was wie bei Geflügel, in so Hohlräume stichst oder ein Knochen kommt, sind die wärmer. Und so messen die drei gegeneinander ab und ermitteln dann schön den richtigen Wert. Sag mal, hast du beim TÜV Süd gearbeitet? Ja, klar. Ich habe eine Plakette dabei. Warte mal. Oh, Wahnsinn. Wie gesagt, das ist Bosch, die Serie 8, Produktplatz, die wir jetzt unten reinschreiben, aber die haben nicht dafür bezahlt. Über den ganzen Bildschirm. Auf jeden Fall nehmen wir das Ding jetzt und wir stechen es rein. Darf ich mit dem Finger drauf langen, Freddy? Bitte, bitte. Wir haben ja alle gewaschen vorher. Ja, wir waren zusammen im Badezimmer und wir haben die Hände gewaschen. Okay, ich stecke das jetzt rein, Freddy. Yes. So, drei Punkte. So, und jetzt tue ich das Ding rein, okay? Yes. Lass es unten oder sollen wir auf dem Blech machen? Wir machen es auf dem Blech. Und zwar hole ich gerade hier eins, weil, ach, was für ein Munde, da war noch ein zweiter Backofen. Habe ich gar nicht gemerkt. Natürlich reinschieben. Ja, ja, geht doch. Unglaublich, wie ich das hingekriegt habe. Und jetzt, was machen wir jetzt? Jetzt drücken wir auf Fleisch, okay? Richtig, jetzt gehen wir das nochmal ganz kurz durch, weil wir waren gerade ein bisschen zu langsam, weil wir jetzt das hier gebabbelt haben. Fleisch, was war, ah, wenn wir wieder drin, Fleisch. Yes. Dann sagen wir Roast Beef Medium, wenn wir das Medium mögen, ja? Und dann geht's los, würde ich sagen, ne? Ehrlich? Dann gehen wir mal rein und dann würde ich mal sagen, gehen wir auf Start. Ja. Blende, Hochschieben, Wassertank. Ah, cool. Und zwar, Blende, Hochschieben macht er automatisch. Hast du das noch nie gesehen? Ne. Das ist über Terminator, das rote Auge. Ah, guck mal, das Ding fehlt. Aber ich habe zum Glück nochmal einen zweiten Backofenbach. Da ist es bestimmt drin. Jawohl. Die sind kompatibel mit allen Dingen. Jetzt sollen wir hier einfach Wasser reinfüllen, okay? Wir haben hier den kleinen Tank. Dadurch geht das jetzt da rein. Ich weiß auch nicht, was passiert. Aber es ist auf jeden Fall dann so, dass das Gart dann... Fred, ich habe es jetzt aufgefüllt. Was meine ich jetzt? Jetzt musst du es höchstwahrscheinlich einfach da reinschieben, relativ autodidaktisch. Da hinten ist so ein kleiner... Also muss ich sagen, dafür, dass du keine Kohle von Bosch kriegst, kennst du dich schon ganz schön gut aus, gell? Muss ich ehrlich sagen. Ja, das sind halt, weißt du, egal welche Produkte es sind, kann man jetzt auch einfach mal so sagen, wenn man es selber relativ schnell rafft und autodidaktisch das ganze Ding unterwegs ist. Guck mal hier. Zielwert ist schon 37 Grad ist momentan die Kerntemperatur. Wir wollen auf 58, weil wir sind Medium. 2 Grad ziehen immer nach. Ich würde auch immer sagen 60, aber 58 geht voll klar. Auf jeden Fall, Freddy. Das ist so richtig genial. Und jetzt kommt das Fleisch. Wir haben es ja draußen kross angebraten und innen drin richtig genial Medium. Das Einzige, was wir dafür jetzt noch brauchen, ist eine geile Soße. Tolle Soße machen wir jetzt dazu. Aufgrund der Frechheit, die wir sonst immer in uns drin besitzen, einfach in der Eisenpfanne auch die Soße anmachen. Da haben wir noch ein bisschen die Fleischaromen drin. Ja, okay, machen wir. Ja? Sollen wir einfach mal probieren? Ich würde jetzt auch nicht meine Hand für ins Feuer legen, aber ich probiere es jetzt einfach mit dem Wort. Schuss Olivenöl? Da können wir dann jetzt gleich die Dings reinmachen. Die Zwiebeln zuerst und die Tomatensauce? Wir machen zuerst die Zwiebeln und den Knoblauch. Kennst du den Zwiebeltest, bevor du reinmachst? Nee. Kennst du den Zwiebeltest? Das ist voll interessant. Ah, dann blubbelt es, glaube ich. Du kannst eine reinmachen und die redet dann mit dir. Die sagt so, ah, ah, wo sind meine Brüder und Schwestern, ah, und da kannst du die anderen mit reinmachen. Können wir das auch unter die Schenke-Liebze-Counter machen? Ja, es ist ein Drama. Ja, ja, ich glaube, ich komme mal in den Shop und dann machen wir mal zusammen ein kleines Stand-Up-Programm oder so. Freddy, ich habe das jetzt reingemacht, okay? Ich nehme mir mal hier so ein Löffelchen und natürlich das Essentielle, was nicht fehlen darf, wir sind hier Brandfarbe. Ah, ausverkauft leider. Bei uns zu Hause im Büro auch der Hit. Die Löffelablage. Die Leute bei mir im Livestream-Chat, die meckern mich immer an, wenn ich mal aus Versehen daneben lege. Was machen wir denn als nächstes? Setz, pass auf, erhitze Olivenöl bei mittlerer Hitze, okay? Haben wir gemacht? Schäde die Knoblauchzehen, Zwiebeln und schneide sie in feine Würfeln. Haben wir gemacht. Brate sie in Olivenöl bei fünf Minuten an, bis sie glasig sind. Füge das Tomatenmark hinzu und rühre es kurz ein. Tomatenmark, 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 Tomatenmark. Tomatenmark, auch ganz wichtig, das ist nichts Chemisches, dreifach konzentriert. Das ist das Beste, was es gibt. Machst du immer wenig, dann machst du viel. Ich mach es so viel, genau. Und es ist ein Bio-Tomatenmarkt. Das ist ja sein Kanal, dein Kanal, oder? Ja, bei mir kannst du alles machen. Ich sehe gerade, du gehst öfters mal gerne bei Rewe einkaufen, kann das sein? Es gibt in Köln... War das so ein Kumpel, der heißt doch Rewe, so sowas. Ja. Hat aber nichts mit Rewe zu tun. Nee, ich glaube, da würde er sich sehr freuen, wenn er das hätte. Ich glaube, da würden wir uns alle freuen. Ja. Es gibt in Köln leider nur Rewe. Ehrlich? Ja, mega krass. Was sagen meine türkischen Augen? Ja. Tomatenmark, hinzufügen, rühre das kurz ein. Lösche die Soße mit den Tomaten aus der Dose ab und füge Oregano... Wie viele Tomaten aus der Soße brauchen wir denn? Ich habe mal hoch gewischt. Ja, getrocknet. Wie viel? 400 Gramm. 400 Gramm? In einer Dose? Eine Dose. Eine Dose brauchen wir nur? Ja. Warte jetzt, ich gebe jetzt runter. Also, eine Dose von Mutti. Lecki. Ja, das Mutti-Ding kenne ich aber. Das hatte ich auch schon mal. Das ist so ein Ding, die meisten sagen, die schmecken... Die werden auch immer... Das ist gutes Marketing, ne? Das ist einfach gutes Marketing, muss man sagen. Wenn jemand sich bei uns melden will, sie gucken gar nicht mehr mit uns vorbei. Habe ich recht? Richtig, genau. Einfach rein. Mal schön einen ablöschen. Bin ich mal gespannt, ob wir das heute so gut hinkriegen wie bei deinem Lieblingsitaliener. Ich sag's dir. Jetzt noch mal ein bisschen Wasser rein. So, dann die Reste, dass es schön sauber ist. Boah, ey, so eine schöne Eisenpfanne, ne? Boah, liebe ich hier. Das ist richtig genial. Einfach für so Nudelrezepte. Lösch die Soße mit Tomaten aus der Soße ab und füge die Oregano, Zucker und Sardellenfilets. Karpern, boah, das sind voll viele Sachen. Pass auf, ich fange mal an. Oregano. Yes. Wo haben wir das? Müsste irgendwo hier stehen oder hinten im Schrank sein, bestimmt. Samira, bringst du mir Oregano an? Oder, warte mal, warte mal. Warte mal. Kann es sein, dass du schon öfters da warst, du Schwein? Nein, aber ich habe jetzt die letzten drei Tage nichts gemacht, außer hier zu stehen. Komischerweise kennst du dich bei mir daheim besser aus. Ist das eine Unterstellung jetzt von dir? Ja. Kennst du, hast du das schon mal gesehen bei uns? War erst der Papi nicht da, war? Nein. Nein? Nein? Geh fähr. Schwein. So. Oh, Oregano. Ein bisschen Oregano. So. Zack. Zucker und Sardellenfilets. Ich glaube, es ist hier drin, möchte ich nur kurz sagen. Ich schwör's mir noch einmal. Wo ist Zucker? Murat, ich bin ein Fahrtfinder. Ich fahre einmal hin und dann weiß ich, wo ich hin muss. Ich weiß immer, wo die Sachen sind. Das sind Sardellen? Das sind Sardellen? Oh, perfekt. Ich will jetzt nicht so sehr selbstbewusst in irgendeine Richtung greifen. Ich habe echt Angst um mein Leben gerade. Okay, gib mir Zucker. Du weißt auch viel. Du weißt jetzt Hausarrest. So, die nächsten zwei Wochen Hausarrest. So, aber ich nehme an, nur eine Prise wahrscheinlich, okay? Ich mag das nicht so arg süß, muss ich ehrlich sagen. Nee, ich auch nicht. Ist ja meistens so irgendwie, um noch ein bisschen zu aromatisieren. Zucker, Sardellenfilets rein. Wie viel müssen wir denn reinmachen? Das steht ja oben. Ich glaube, das ist so Geschmack, glaube ich, oder? Ja, also wie du möchtest. Also, ich mag diesen Sardellengeschmack. Aber du machst doch anders dann. Wie? Nee, in die Dose. Mach den Deckel so ein bisschen drauf. Ja. Und rieße es dann so ab. Fühlst du dich wohl hier? Sei wohl einfach ruhig. Wie die Mutter, so die Tochter. Einsteine, ha? Jetzt lass den Papa mal schön hier. Ich will mal gerne probieren, wie es alles schmeckt. Magst du auch mal probieren, Freddy? So eine Sardelle, du, ich mache, ich lasse mich gleich bei der Soße überraschen. Salzig, sehr salzig. Boah. Weil wir salzen nicht. So, jetzt noch kapern, ne? Ja, Freddy, das Ding ist fertig. Haben wir Top-Handschuhe? Ja. Top-Flappen. Oder machst du so? Mach ich so. Oder sollen wir noch eine Produktmation machen? Warte, machen wir schon eine Produktplatzierung. So, hier ist das Ding. Oh mein Gott. Oh Gott, ja. Jetzt, oh, oh. Geht das? Hä? Wie geht das? Geht das? Ähm. Hä? Hebst du das Kapern? Oh, du kannst auch rausziehen. Da kann ich rausziehen. Oder ich ziehe es da vorne raus, ja. Oh Gott, ey. Normalerweise sieht das voll professionell aus, glaub mir. Normalerweise funktioniert das auch. Ich brauche ein paar Kapern, Freddy. Boah, Kapern und Sardellen, da lasse ich mir jetzt auch was ein. Das hört sich nach einer geilen Soße an, aber... Warte, ich mache es, wie die Kleine vorher gesagt hat. Zwei Esslöffel Kapern. Männer, äh, wir sind... Wir sind wir, ne? Ja, wir sind wir. Wir brauchen keine Anweisungen. Tomatensauce, ich habe Kapern reingemacht. Ein bisschen Salz und Pfeffer. Scheiben geschnittenen Oliven. Bist du unter Zeitdruck? Ja, voll. Ach, quitschi quatschi. Wie viele Oliven brauchen wir denn? Ja, was auch... 50, oh Gott. Wie, wie? 50 Gramm steht da. Ah, machst du da mit? Das ist natürlich smart, ja, ja. Wie viel werden 50 Gramm sein? Ach so. Ich mag nicht so viel. Ich muss ja erst sagen, so wie Soße brauchen wir auch gar nicht. Ja, aber wir sollen auch nachher nur die Hälfte nehmen. Hier ist alles bestimmt so vollautomatisch, aber du magst das noch per Hand, ne? Ich finde das gut. Ich schwöre, ich habe meine Hände gewaschen, ich schwöre es dir. Ich finde es richtig gut. Und außerdem haben wir Dusch-WC's daheim. Was heißt das? Egal, reden wir nicht drüber. So. Inzwischen müssten wir eigentlich hier Pfeffer, Salz nur noch und dann ein bisschen köcheln lassen. Und in der Zwischenzeit können... Und da steht noch ein bisschen verkochen. So Salz müssen wir nicht, weil Salz ist ja durch die Sardellen drin. Total. Wir können aber ein bisschen pfeffern gerne. Du musst was dazu sagen, Femi. Ach so. Du musst sagen, wer ist mag... Der Pfeffer ist natürlich aus Muratsgarten. Pfeffermühle ist. Ist die das? Warte, ich mag das. Ich mag das, ja. G-Fuhn-Zyklon. Ja, sag das kurz in die Kamera. Das ist die G-Fuhn-Zyklon-Pfeffermühle. Und seit wir sie haben, hat sich unser Leben verändert. Freddy, wir müssen Nudeln machen. Yes. Die können jetzt im Hintergrund dann ganz normal köcheln. Da können wir ja das Internet, den YouTuber-Übergang nehmen dafür, ne? Ja, wie geht der? Was ist der YouTuber-Übergang? Wir müssen einklatschen. Dann sind die Nudeln nämlich fertig, wenn wir eingeklatscht haben. Warte, jetzt. Yes, genau. 1, 2, 3. Bam! Hi, da sind wir wieder. Die Nudeln sind fertig. Yes. Nächste Produktplatzierung. Ich bin bereit. Aber nochmal wieder, nicht bezahlt, ich auch nicht. Meine Frau bekommt es. Alles direkt an die... Machen wir so. Hast du gesehen? Krasses Ding. Hast du gesehen? Das nennt sich... Gib mir die Sache nicht. Ich kann sowas nicht. Machen wir es jetzt. Machen wir es jetzt. Siehst du, krass. Das nennt sich übrigens Klappi-Klapp. Da tun wir jetzt die Nudeln rein. Einfach hier in den Lüfter. Nein, nicht in den Lüfter rein. Kippen einfach. Dann freut sich Bursch auch. Ich wollte nur den Blick mal sehen. Einfach in den Lüfter, dann freut sich Bursch auch. Dann können die Leute einen neuen holen. Und zwar können wir es zusammen machen. Auf drei? Ich schmeiß rüber, du fängst die Nudeln. Also guck mal hier. Das ist dann wie so, kennst du, wenn so Staatspräsidenten miteinander was zusammen machen. Ja. Ich heb das Ding und du schützt rein. Okay. Staatspräsident. Jetzt gibt es... Was machen wir jetzt? Normalerweise wieder den Topf zurück und dann auf dem ausgeschalteten Herd, würde ich sagen. Weil mit Nudeln kennst du dich ja aus, gell? Mit Nudeln kenne ich mich aus. Ja. Wenn sich mit etwas auskennt, dann sind es Nudeln. Jetzt haben wir die Nudeln, okay? Yes. Dann wie richten wir an? Wie richten wir an? Machen wir erst so ein Fleisch drauf, so ein Stück Fleisch, dann die Nudeln daneben, dann die Soße drüber. Was ich jetzt viel cooler finde, du machst für dich einen Teller und ich mache für mich einen Teller. Finde ich gut. Und dann macht Phil Miguel das ab. Wir machen das jetzt fertig und ich schmeiß Miguel nach oben und dann sehen wir unsere beiden Teller nebeneinander und dann erklären wir erst, welcher Teller wäre. Okay, ich schaue, ob ich kurz den Bus kriege zum Südtrakt und hole doch schon was. In dem westlichen Flügel. In dem westlichen Flügel. Da sind die Anrichter alle. Ja, die Anrichter. Die kleinen Händler, die haben wir uns geholt. Die haben wir mal die kleinen Lorbeerblätter überall noch durchziehen. Finde ich gut. Das heißt, Miguel schmeißt jetzt nach oben, wir richten an und dann seht ihr, wie das aussieht in 3, 2, 1. Hi, herzlich willkommen. Wir sind wieder da. Ja, und zwar ist es fertig. Es sieht auch richtig fertig aus. Man merkt natürlich, wer was gemacht hat. Ja, und zwar folgendes, Freddy. Es ist ungelogen, es ist echt so, dass normalerweise die Pizzaiola ist über dem Fleisch drüber. Okay. Und was mir jetzt auch gerade aufgefallen ist, beim Gedanken daran, die Soße ist normalerweise flüssiger, wir hätten ein bisschen mehr Flüssigkeit reinmachen sollen. Ja, wir haben einfach, glaube ich, zu lange geköchelt, wir haben ein bisschen verlabert. Wir haben verlabert. Jetzt machen wir noch Parmesan drüber, ich liebe das. Yes. Dafür nehme ich den neuen GFU 2300 Laser Cut. Der ist so zu heben. Falls ihr euch mal gewundert habt, Murat, rückwärts ist auch Produktplatzierung einfach nur. Ah, das ist ein Ding-Käse. Und zwar... Edel. Nein, das ist ein Parmesan-Käse. Und zwar haben wir den... Den GFU Parmesan 4000 Laser. Nein, der kommt aus der Po-Ebene. Kein Spaß, so heiß ist es wirklich. Ohne Spaß. Das ist in Italien aus der Po-Ebene. Wie hieß der nochmal? Wie hieß der nochmal? Zürich. Nein. Egal. Auf jeden Fall, Käse drüber reiben. Jetzt ist halt, das Problem ist halt, durch den Parmesan-Käse ist das Gericht nicht mehr vegetarisch. Das stimmt. Ja. Weil Gärungsprozess, ne? Ja, genau. Gärungsprozess, da ist auch Lab drin. Lab ist, kommt von Labernet. Labernet so viel. Ich mach mal so ein bisschen rüber. Ich hab's jetzt nicht über dem Fleisch. So, ich hab's jetzt hier und dann... Okay. Parmesan kannst du nie genug drauf machen. Und das können wir eigentlich schon probieren. Probieren wir oder lassen wir die Meister durch? Nein, wir probieren natürlich. Also die anderen können gerne auch mitprobieren. Da hab ich gar kein Problem mit. Ich nehm jetzt erstmal ein bisschen Soße und ein bisschen Fleisch, weil das interessiert mich jetzt am meisten. Wann das Problem war... Oh. Oh. Es ist echt cool. Also pass auf, es ist ein bisschen mehr als Medium und ich kann auch sagen, was das Problem war. Wir haben es einfach lange stehen lassen. Ja. Ja, Timing. Wenn du es sofort rausnimmst, dann passt jetzt nicht. Du siehst trotzdem noch einen leichten Rosé-Ton und merkst du das leicht nussige Ding im Abgang? Es kommt daran, ich hab mir vor die Hände nicht gemaschen. Haselnuss, ne? Tja, kommt in den Shop in diesem... Hey, cool. Aber das ist lecker, aber man merkt es am Fleisch. Also unser Fleisch ist auch ein bisschen ausgekühlt leider. Aber ansonsten ist es super lecker. Also es ist einfach eine Pizzasauce per se über Nudeln und dazu noch ein Stück Fleisch. Finde ich ne übel geile Kombi. Finde ich ne übel geile Kombi. Also von mir kriegst du davon ne klassische 9 von 10. 9 von 10? Ehrlich jetzt? Das Beste, was man jemandem geben kann in Deutschland. Weil die Kartoffel sagt immer in Deutschland, das ist das Beste, was ich jemals gegessen habe, 9 von 10, weil es kann ja immer noch besser werden. Ja, das ist nichts gesagt, sich auch gelobt. Gut, Murat, ich danke dir. Wir haben natürlich alles von dir unten in der Beschreibung verlinkt. Sally's Shop, Sally's Blog. Backofen. Backofen. Alles gehört Sally. Wir haben einfach mal Bosch.de verlinkt, um mal zu gucken, ob irgendwas mal unseren Weg geschlittert kommt. Ah, ich hab vergessen zu sagen, das ist die Serie 8 übrigens. Das ist die Serie 8. Carbon Black. Carbon Black mit Rennstreifen. Ja. Richtig schnell unterwegs. Ja. Wie ist das gehört? Gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder morgen, wenn es denn da heißt. Ähm. Okay. Tschüss. Tschüss. Äh. 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 Juhu. Das Video ist vorbei. Ist aber nicht schlimm. Like mein Scheiß. Und lass ein Abo da. Guck mehr Videos. Guck, guck mehr Videos. Mir fällt nichts mehr ein. Tschüss.